Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Immobilierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 635 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017